Hallo, ich begrüsse dich. Ich freue mich, dir mitteilen zu dürfen, dass ab dem Jahr 2022 ich das Jahr der Bewusstwerdung auch live online durchführen werde. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch wenn du jetzt irgendwo von weiter her kommst, an diesem Jahresprogramm teilzunehmen. Es ist ein wunderbares Programm, das ich jetzt schon das zweite Jahr durchführe, mit einer persönlichen Gruppe hier in Bern in meiner Praxis. Und ich möchte diese Möglichkeit natürlich ausweiten, auch für Menschen, die weiter herkommen. Und es ist so, dass ich nicht jeden Monat diesen Tag durchführen werde, sondern wir werden das modulweise machen über die Online-Version. So wird es vier Module geben pro Jahr, in denen wir intensiv jeweils drei Tage daran arbeiten, an diesen Themen, die wir durchgehen, um dir zu helfen, zu erkennen, was du alles nicht bist, um zu erkennen, was du wahrhaftig bist. Und wir gehen sehr tief ebenfalls in dieser Online-Version, denn es gibt keinen Raum und keine Zeit. Wir können uns online genauso gut spüren wie persönlich. Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass die Müdigkeit nach einem solchen Seminartag geringer ist, als wenn man sich persönlich trifft, weil man dann einfach die Gruppenenergie nochmal anders wahrnehmen kann. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich jetzt dann schon einzuschreiben für 2022. Ich werde maximal acht Teilnehmer nehmen für diese Online-Version, weil ich bewusst für dieses Jahresprogramm die Gruppen klein halte. Denn ich werde dich natürlich auch zwischen den Modulen begleiten. Ich werde immer mal fragen, wie es dir geht. Du kannst dich jederzeit melden, damit ich dich in deinem Prozess wirklich begleiten kann und auf dich eingehen darf. Wir werden zwischen den Modulen dann auch mal noch eine kurze Online-Session machen, wo wir vor allem schauen, okay, gibt es Fragen, gibt es Dinge, die wir jetzt so nicht über Mail oder Sprachnachrichten begleiten konnten. Und so bist du wirklich ein Jahr lang in deinem tiefen Prozess für die Bewusstwerdung begleitet. Mehr Informationen zu dem ganzen Jahr, was der Inhalt ist, der Preis und so weiter, findest du in den anderen Videos, die es bereits gibt. Du kannst dich somit bewerben auf dieses Jahr der Bewusstwerdung online und ich werde dann mit dir ein Infogespräch machen, ein Standortgespräch, um zu schauen, okay, ist es wirklich das Passende für dich? Passt das und wie geht es genau vor sich? Ich freue mich, wenn du dabei bist und falls du Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir.